Musik Fühlst du dich erschöpft oder sehnst du dich nach Ruhe, Erholung, mehr Beweglichkeit und neuer Energie? Für Yogareisen brauchst du nicht unbedingt nach Indien fliegen. Mit Blick über die sanften Hügel des Mühlviertels kannst du am historischen Kleebauerhof kostliche, vegetarische und vegane Gerichte genießen. Du kannst mit Alpakas wandern, auf sattgrüne Wiesen schauen und in den erfrischenden Naturbadeteich springen. In diesem Video zeige ich dir ein paar Eindrücke. Auf Instagram poste ich Storys von meinem Zimmer und erhalte prompt Nachfragen, auf die ich gerne antworte. Jetzt möchte ich mal auf euer Feedback eingehen, denn wir haben mehrere von euch geschrieben, dass ihr das sehr, sehr mutig finden, dass ich diese Reise alleine angetreten bin. Ja, ihr braucht keine Sorge zu haben, dass ihr hier beim Essen alleine sitzen müsst, denn ich habe hier ganz schnell total tollen Anschluss gefunden. Wir haben gestern noch beim Essen sehr lange zusammengesessen und viel gelacht und gequatscht. Aber was halt toll ist, ihr habt zwischen den Yoga-Zeiten auch sehr viele Möglichkeiten, euch zu entspannen, euch auszuruhen, unterm Baum, an diesem kleinen See ein Buch zu lesen. Also es ist wirklich schön und ihr könnt hier richtig toll runterkommen, auch mal alleine walken gehen, die Natur auf euch wirken lassen. Ich kann es euch nur empfehlen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020